Hallo und herzlich willkommen bei SwagTab. Neben den neuen iPhones hat Apple auf der September Keynote natürlich auch noch die Apple Watch Series 7 vorgestellt. Was neue Funktionen oder Sensoren angeht, hat sich da dieses Jahr nicht besonders viel getan, aber die Series 7 hat nun ein 20% größeres Display, dabei soll die Uhr an sich aber kaum größer geworden sein. Apple hat einfach die Displayränder verkleinert und darüber freue ich mich tatsächlich extrem, weil ich glaube, dass viele unterschätzen, wie viel Mehrwert oder wie viel Unterschied ein 20% größeres Display bei so einer kleinen Smartwatch machen könnte. Außerdem soll sie auch noch stabiler geworden sein, vor allem das Displayglas, sie kann nun noch schneller aufgeladen werden und noch ein paar andere Dinge haben sich auch getan. Ihr seht es ja, ich habe heute schon eine hier, ab morgen geht sie dann auch ganz offiziell in den Verkauf. Wir wollen sie jetzt erstmal schnell zusammen auspacken, dann werde ich sie natürlich auch einrichten und dann einfach mal ein bisschen ausprobieren und dann gibt es meine ausführlichen ersten Eindrücke, inklusive einem kleinen Vergleich mit der Series 6 und so weiter. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuschauen und würde sagen, los geht's! Keine Angst, unter diesem Armband befindet sich natürlich tatsächlich die Apple Watch Series 7. Ich wollte euch aber vorher noch eine Sache zeigen, weil ich das in den letzten Tagen von einigen gefragt wurde. Ja, die Armbänder passen natürlich nach wie vor, also ältere Armbänder, die ihr bereits habt, aber dadurch, dass wir hier jetzt natürlich auch einen neuen Gehäusedurchmesser haben, also 45 mm oder 41 mm, wurden natürlich auch die Armbänder so ein bisschen angepasst. Was ich bisher so gelesen habe, sieht das dann halt etwas komisch aus oder sehen die älteren Armbänder etwas kleiner aus? Kann ich jetzt noch nichts zu sagen, aber wie gesagt, auch die neuen Armbänder haben dann natürlich diesen neuen Formfaktor. Werden wir uns aber auch gleich noch anschauen. Die Verpackung an sich hat sich dann nicht großartig geändert. Ihr seht es ja hier, cleane, weiße Verpackungen. Wenn wir uns das Ganze auf der Rückseite anschauen, dann steht hier Series 7 Green Aluminium Case oder Aluminium Case. Ja, ich habe dieses Jahr tatsächlich die Aluminium Version genommen, weil da gibt es ja einige neue Farben. Das hier ist wie gesagt Green, es gibt aber auch Midnight, Starlight, Blue und Product Red natürlich. Wie sollte es anders sein? Es gibt aber auch wieder Edelstahl und Titan. Hier beginnen die Preise bei 429 Euro und die Edelstahlversion ist mit 780 Euro dann natürlich deutlich teurer. Und wie gesagt, je nachdem welches Armband man dazu nimmt und so weiter, geht es natürlich auch noch deutlich weiter hoch, was die Preise angeht. Aber wie gesagt, das Interessanteste und das sehen wir hier auch nochmal, ich halte es euch nochmal hin, 45 Millimeter jetzt. Wie gesagt, 41 und 45 Millimeter. Und es ist jedes Jahr wieder das Gleiche. Wie schaffe ich es, das Ganze hier aufzumachen, ohne die wirklich schicke Verpackung. Also mir gefällt die immer wieder gut, ohne das zu zerstören. Und ja, ich habe es geschafft. Und deshalb machen wir das gute Stück jetzt tatsächlich auch auf und sehen dann wieder diesen bunten Karton. Ich glaube, das wurde auch so ein bisschen angepasst. Kann das sein? Auf jeden Fall. Also hier sehen wir es ja an der grünen Farbe. Ich freue mich tatsächlich, der ein oder andere weiß es ja. Ich bin riesiger Grün, Ben. Es gibt da, glaube ich, auch noch die Version mit dem Lederloop. Das hier sollte wieder aus Kunststoff sein. Ist dann natürlich für den Spot optimal geeignet. Ich bin sehr auf die Farbe gespannt, weil meiner Meinung nach oder mich hat das sehr, sehr stark an das Midnight Green vom iPhone 11 Pro erinnert. Ich hoffe, dass es dann in echt tatsächlich auch da rankommt. Jetzt machen wir das Ganze auf. Ihr seht es ja alles wieder komplett ohne irgendeine Plastik-Umverpackung. Ja, bin ich ja auch ein großer Fan von. Allgemein diese Tabs hier zum Abziehen, das ist sehr, sehr cool gelöst. Und jetzt schauen wir mal, jetzt sitzt das Ganze hier natürlich wieder etwas fester. Und ich hoffe, ich bekomme das hin, ohne irgendwas zu zerstören. Und ja, 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 ja. Sehr, sehr cool. Also hier, ich hatte ja die letzten Jahre immer die Edelstahl-Version. Wahrscheinlich war das letztes Jahr auch schon so. Also wenn man eine bunte Farbe hatte, dass dann hier eben diese Umverpackung in genau dieser Farbe war. Aber das haben sie jetzt echt cool gemacht. Und ihr seht es ja hier, 45 Millimeter. Schade, wenn ich das hier so sehe, dass es nicht diese Farbe geworden ist. Wäre wahrscheinlich einigen zu auffällig, aber hätte mir ganz gut gefallen. So, jetzt, ich labere schon wieder viel zu viel. Einen Blick auf den restlichen Lieferumfang. Quickstart-Guide-Sticker bekommt man ja bei der Apple Watch. Meines Wissens, oder bekam man da auch noch nie dazu. Interessant ist dieses gute Stück hier, aber das ist das neue Charging Cradle. Und da sollen tatsächlich zwei Dinge geändert worden sein. Ja, wie mache ich das jetzt, ohne hier wirklich alles zu zerstören? Auch das wäre geschafft. Also heute habe ich echt einen Lauf und ich sehe es schon. Ich freue mich, ich freue mich. Ihr seht es hoffentlich auch. Auch USB-C. Ja, 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 ja. Also endlich auch hier bei der Apple Watch USB-C. Und jetzt auch bei der normalen Series 7, der Aluminium-Version, haben wir ein Aluminium-Gehäuse, sage ich jetzt mal, für dieses Charging Cradle. Sehr, sehr schick. Das fühlt sich einfach nochmal deutlich besser an als diese, diese, ich glaube, Kunststoff war sehr früher immer bei den Aluminium-Versionen. Und damit, wie gesagt, soll die Uhr dann 33% schneller aufgeladen werden als die Series 6, die ja schon schneller aufgeladen werden konnte als die Vorgänger. 0 bis 80% soll in 45 Minuten möglich sein, was für so eine Smartwatch schon echt eine Ansage ist. Aber wie gesagt, ich freue mich am meisten tatsächlich über USB-C. Falls das den ein oder anderen interessiert, das Ganze, also dieses Charging Cradle ist auch kompatibel mit älteren Uhren. Die kann man dann aber natürlich nicht so schnell aufladen. Und gleichzeitig kann man aber auch die Series 7 mit den älteren Charging Cradles aufladen, dann aber halt nicht so schnell. Aber wie gesagt, die Kompatibilität ist trotzdem gegeben. Ja, so viel zum Unboxing an sich. Ich würde sagen, ich räume den Tisch hier jetzt erstmal auf und dann widmen wir uns natürlich ganz der Series 7. Das Unboxing des mitgelieferten Armbands habe ich euch jetzt natürlich gar nicht live gezeigt, aber das haben wir alles schon sehr, sehr oft gesehen. Was ich aber sagen muss, also bevor wir das später dann anlegen, sehr, sehr schicke Farbe. Ich hoffe, das kommt jetzt in echt rüber. Also was ich hier so auf meinem Vorschau-Monitor sehe, wirkt etwas zu dunkel. Das ist ein sehr, sehr schickes Grün. Hätte ich so gar nicht gedacht. Erinnert tatsächlich mehr an die Farbe dieser Umverpackung als an die Farbe der tatsächlichen Uhr. Mal schauen, wie das dann zusammenpasst. So, jetzt werde ich hier die Uhr versuchen rauszunehmen. Und ich weiß gar nicht, die hatten ja in den anderen Unboxing sind wir alle da so Probleme. Aber man kann das doch hier einfach so rausschieben. Ja, das hat schon mal gut geklappt. Und dann sehen wir die Series 7 hier in ihrer ganzen Pracht vor uns. Und ich sage euch gleich schon, diese Farbe dieses Grün, fast eins zu eins. Das, was wir auch vom iPhone 11 Pro kennen, gefällt mir sehr gut. Von mir aus hätte es ruhig auch etwas kräftiger noch sein können. So ein bisschen mehr in Richtung British Racing Green. Aber je nach Lichteinfall kommt das daran. Und was mir gleich schon auffällt, also das Aluminium Finish. Ich habe hier jetzt leider nur noch die SE in Aluminium hier. Aber das war ja meines Wissens das gleiche Material wie bei der Series 7. Äh, Series 6 meine ich natürlich. Fühlt sich irgendwie besser an. Also irgendwie fühlt sich das wertig an. Soll ja nur zwei Gramm schwerer geworden sein. Wir haben hier jetzt natürlich auch mal wirklich den Vergleich mit der Series 6. Und dann seht ihr, ja das Design ist natürlich, also die Ecken sind nochmal so ein bisschen abgerundeter würde ich sagen. Aber der Sprung ist auf keinen Fall so groß wie etwa von der Series 3 zu Series 4 damals. Und ja, sie ist einen Ticken größer geworden. Aber das fällt jetzt wirklich kaum auf. Ich bin gespannt, wie das dann so am Handgelenk aussieht. Zeige ich euch natürlich später. Auch nochmal beide Uhren nebeneinander und so weiter mit aktiviertem Display. Aber das ist jetzt so der erste Eindruck. Also auf jeden Fall fühlt sich diese Aluminium Version, fühlt sich fast so ein bisschen an wie Edelstahl. Krass, wie sie das hinbekommen haben. Sehr, sehr interessant. Ja, wir haben hier natürlich wieder alle Sensoren, die wir auch letztes Jahr hatten. Also Pulsmesser, EKG, Sauerstoffsättigungsmessung, Höhenmesser, GPS, wenn ihr euch die entsprechende Version holt. Sie ist IP68 zertifiziert und je nachdem, welche Version ihr euch holt, habt ihr den Gehäuseboden entweder aus Keramik oder dann aus Saphirglas. Alles sehr, sehr hochwertig. Ich finde generell die Aluminium Version, wie sie das in den letzten Jahren so überarbeitet haben, sehr, sehr gelungen. Weil das sind ja nach wie vor so die Einsteigerversionen, wenn man jetzt mal die Apple Watch SE außen vorlässt. Ja, wir haben hier nach wie vor das INX-Glas. Bei der Version aus Edelstahl oder Titan ist es dann natürlich das Saphirglas. Beides hat seine Vor- und Nachteile. Dieses Glas hier ist etwas anfälliger für Kratzer. Dafür ist es stabiler. Es soll jetzt auf jeden Fall an der dicksten Stelle bis zu 50 Gramm dicker als bei der Series 6 sein. Also nochmal stabiler geworden sein. Bin ich mal gespannt, ob das dann auch vor allem beim Saphirglas auffällt. Aber mal schauen, ob ich so eine auch noch in die Hand bekomme. Das Design wurde wie gesagt jetzt leicht verändert, aber ich hätte es mir tatsächlich auf den Bildern krasser vorgestellt. Jetzt mal schauen, wie das dann aussieht, sobald das Display eingeschaltet ist. Ich werde sie jetzt erstmal einrichten, etwas ausprobieren und dann sehen wir uns mit meinen ersten Eindrücken wieder. Aber wie gesagt, die Farbe gefällt mir auf jeden Fall. Und irgendwas haben die da am Material geändert. Also dieses Aluminium fühlt sich auf jeden Fall besser an. Das fällt gleich schon auf. So, ich habe die Series 7 jetzt eingerichtet. Ich blende euch da ein bisschen was ein. Das läuft exakt genauso wie auch bei der Series 6. Deshalb lohnt es sich für mich da auch nicht irgendwie, ja, großartig viel zu erzählen. Da hat sich nichts getan. Ich habe es jetzt ein bisschen ausprobiert. Mal alle meine Apps, alle Daten übertragen und so weiter und kann euch jetzt schon mal ein bisschen was erzählen. Hier seht ihr jetzt noch mein altes Ziffernblatt, das Meridian Ziffernblatt. Auch mal im Vergleich zu Series 6. Ich finde, da sieht man dann das größere Display schon ganz gut. Natürlich nicht so deutlich, wie das wäre mit einem weißen Hintergrund. Aber alles bei der Apple Watch ist halt oder bei WatchOS ist natürlich sehr, sehr dunkel gehalten, weil wir hier ja ein OLED-Display haben. Aber wir haben natürlich auch neue Watch-Faces. Die wollen wir uns jetzt als allererstes mal anschauen. Zum Beispiel dieses Konturen- oder Konturziffernblatt hier. Und da sieht man dann natürlich das neue größere Display und vor allem das neue Design noch mal deutlich besser. Also dieser quasi fließende Übergang in den Rahmen. Das haben sie wirklich sehr, sehr schick gemacht. Also wenn wir hier mal nochmal die Series 6 im Vergleich haben, dann seht ihr schon, da ist halt deutlich mehr Bezel noch da, also deutlich mehr Rand noch da. Das ist schon definitiv ein Hingucker und fühlt sich auch, wie gesagt, an der Hand sehr, sehr angenehm an. Das muss ich Ihnen auf jeden Fall lassen. Der Rahmen ist jetzt, wie gesagt, nur noch 1,7 Millimeter dünn. Früher waren es, glaube ich, 3 Millimeter. Ist 40 Prozent dünner als bei der Series 6. Und je nachdem, welche App man da so benutzt, fällt das auf jeden Fall auch auf. Die Displayauflösung wurde entsprechend angepasst, 396 x 484 Pixel. Das ist jetzt nicht super scharf, aber ich finde für so eine Smartwatch absolut ausreichend. Es ist, wie gesagt, wieder ein OLED-Panel. Wird jetzt oder wird bis zu 1000 Nits hell. Das war meines Wissens beim Vorgänger auch schon genauso. Aber das Always-On-Display ist halt nochmal heller geworden. Da sollen jetzt bis zu 500 Candela möglich sein. Ich glaube, Apple hat nur gesagt, 70 Prozent heller als bei der Series 6. Das fällt definitiv auf. Also als jemand, der jetzt die Series 6 lange genutzt hat, kann ich euch sagen, das merkt man sofort. Wurde ja letztes Jahr schon erhöht. Also diese Displayhelligkeit ist jetzt meiner Meinung nach wirklich auf einem perfekten Niveau. Heute ist leider ein ziemlich regnerischer Tag. Also da muss man mal abwarten, wie das dann bei direkter Sonneneinstrahlung ist. Aber ihr seht ja jetzt alleine schon hier bei meiner Studiobeleuchtung, wie hell das Ganze ist. Also wenn wir hier dann das Always-On-Display haben, ja, sehr gelungen. Auf jeden Fall auch eine merkbare Änderung. Wie sieht das Ganze am Handgelenk aus? Ich hatte ja echt so ein bisschen die Befürchtung, dass sie jetzt deutlich größer wirkt. Weil, wie gesagt, wir haben ja jetzt 45 Millimeter und ein bisschen größer geworden ist sie doch. Aber ganz ehrlich, also ich merke da jetzt keinen großen Unterschied. Allenfalls minimal. Aber ich finde, das sieht fast genauso aus wie auch bei der Series 6. Und da bin ich sehr glücklich drüber, weil ich halt jetzt quasi das deutlich größere Display bekomme. Bei einem fast unveränderten Formfaktor. Sehr, sehr gelungen. Ich zeige euch das Ganze auch nochmal im Vergleich zu Series 6 am Handgelenk. Also das haben sie, wie ich finde, echt gut hinbekommen. Jetzt natürlich die Frage, was bringt mir dieses größere Display dann tatsächlich? Ich kann euch schon mal sagen, viele Apps, also viele Drittanbieter-Apps sind leider noch nicht angepasst. Watchfaces, das haben wir natürlich eben schon gesehen, das ist jetzt nicht so das Spannendste. Aber auch in der Rechner-App drin zum Beispiel sieht man das ziemlich, ziemlich deutlich. Also man hat halt einfach jetzt größere Flächen. Man kann deutlich besser drauf tippen. Bei den Nachrichten zum Beispiel passt halt einfach mehr Nachrichteninhalt drauf. Das dürfte dann sukzessive jetzt in den nächsten Wochen dann auch für die ganzen Drittanbieter-Apps angepasst werden. Gmail, WhatsApp und so weiter stelle ich mir dann schon ziemlich nützlich vor. Und wie gesagt, gerade wenn man halt so die Series 4, Series 5, Series 6 genutzt hat, dann fällt dieses größere Display jetzt definitiv auf. Aber man merkt es halt am Handgelenk nicht und das ist wirklich so das Schöne. Und natürlich sieht man das Ganze auch beispielsweise in der Nachrichten-App. Wenn man eine Nachricht schreiben möchte, kann man jetzt tatsächlich auch tippen. Wir haben eine vollwertige Quertz- oder in dem Fall noch Quartit-Tastatur. Ja, da macht sich das größere Display auf jeden Fall auch positiv bemerkbar. Den Rest muss ich in den nächsten Tagen, Wochen erstmal ausprobieren. Mal schauen, wie schnell die Apps da angepasst werden. Aber wie gesagt, ich sehe da auf jeden Fall größeres Potenzial. Apple verspricht wieder 18 Stunden Akkulaufzeit. Dürften bei mir dann so ein bis eineinhalb Tage sein. Wie gesagt, mehr dazu dann im Review. Es gibt keine genaueren Angaben zur Akkukapazität. Aber wenn die genauso gut wäre wie bei der Series 6, obwohl wir jetzt das größere Display haben, das wäre schon was. Generell wäre das auch ein paar gefragt haben, so von der Gehäusedicke oder so. Sie ist weder dicker noch dünner geworden, würde ich jetzt mal sagen. Also fällt mir auch nicht irgendwie am Handgelenk negativ auf, fällt mir jetzt aber auch nicht positiv auf. Der Prozessor heißt jetzt S7. Das ist nach wie vor ein Dual-Cup-Prozessor. Da sollte sich auch nicht zu viel getan haben. Apple schweigt sich daher so ein bisschen, was die Details angeht. Aus ein bisschen, was wurde wohl doch verändert, aber nichts großartig. Auch so bei der Performance merkt man jetzt keinen Unterschied. Aber da muss ich dazu sagen, die Apple Watch ist und bleibt für mich eh aktuell die Smartwatch mit der besten Performance. Gerade wenn man das auch mit den ganzen Wear OS Smartwatches so vergleicht. 32 GB Speicher, Watch OS 8 ist natürlich auch mit drauf. Damit nerve ich euch jetzt aber nicht, weil das kennt ihr ja auch schon von älteren Apple Watches. Ja, was soll ich sagen zum ersten Eindruck? Wobei, bevor wir dazu kommen, möchte ich euch noch eine Sache zeigen. Wie gesagt, gehen wir nochmal das mit den Armbändern an. Ich habe verglichen zwei Leather Loops. Einmal links die neue 45mm Version, rechts die alte in Anführungszeichen 44mm Version. Und ihr seht, ja, meines Erachtens keinen Unterschied. Ich habe das Ganze eben auch mal anprobiert, weil ich halt gelesen habe, bei den Kollegen von der FAZ irgendwie im Testbericht, also die hatten schon so einen Testbericht online, ja, ältere Armbänder sehen dann irgendwie komisch aus, wenn man von der Seite drauf sieht, weil der Anschluss halt irgendwie kleiner geworden ist. Aber das kann ich jetzt nicht beobachten. Vielleicht habe ich dafür einmal nicht das passende Armband. Aber wie gesagt, wer so ein altes Leather Loop hat oder auch so ein altes Sports Armband und so weiter, müsst ihr euch keine Sorgen machen, das passt perfekt drauf. Bis auf den Unterschied, dass da innen einmal 44 und einmal 45mm steht, merke ich jetzt keinen großen Unterschied. Also das haben sie schon ganz gut gemacht. Und deshalb bin ich halt auch froh, dass dieses Jahr dieses neue kantige Redesign noch nicht kam, weil ich finde einfach, das passt deutlich besser so zu einer Uhr und man kann halt die ganzen alten Armbänder noch weiter nutzen. Ja, mein erster Eindruck, ihr habt es glaube ich schon rausgehört, das größere Display macht definitiv einen Unterschied. Also für mich ist das jetzt tatsächlich ein größeres Upgrade als etwa die Series 5 oder die Series 6, einfach weil sich optisch wieder ein bisschen was getan hat, weil ich wie gesagt glaube, dass man von diesem größeren Display bei nahezu unverändertem Formfaktor auf jeden Fall im Alltag einen Mehrwert hat. Die Aluminium-Version fühlt sich definitiv deutlich hochwertiger an. Also ich vergleiche das jetzt nur mit der SE, aber da merkt man es auf jeden Fall. Diese grüne Farbe, ich finde sie wunderschön, vor allem auch sehr stimmig hier mit diesem grünen Sports Armband. Und ja, wie gesagt, für mich auf jeden Fall ein deutlich größeres Upgrade als letztes Jahr. Naja, lasst mich wissen, wie ihr das Ganze seht, wie euer erster Eindruck von der Apple Watch Series 7 aussieht. Habt ihr euch eine vorbestellt oder nicht? Ich freue mich auf euer Feedback. Wie gesagt, lasst mich auch gerne schon mal wissen, worauf ich im Review eingehen soll, womit ich sie vergleichen soll und so weiter. Diese Review wird auf jeden Fall kommen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich sage wie immer vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.